Das neueste vom neuesten. Und zwar war das Elfmeter Stimme. Weiter geht es mit was? Mit meinem Gast, der ist hier. Er wartet schon längst und sagt mir, wann kann ich endlich meinen Platz übernehmen? Ja, ja, ja. Und zwar ist es Adel Sausschi. Für alle, die ihn nicht kennen. Wer ist Adel Sausschi? Zum Ersten, hallo Ines. Guten Tag. Ich bin Adel Sausschi, ein Lehrer in der Schule in Rüde-Pascha. Und ich bin ein Musiker seit ca. 30 Jahren. Schon so lange? Ja. Sieht man aber nicht. Ich spiele Geiger, jetzt mit dem Orchestrat. Welches Orchester? Äh, Tunesisch, das Symphoniker, das Orchester. Der Musik ist meine Welt. Das gefällt mir sehr. Prima. Ja. Und natürlich das Instrument ist die Geige. Es ist alles für mich. Ja, das glaube ich, natürlich. Wie alt ist Ihre Geige? Äh, mehr als ich. Ja? Ja. Oh. Das kostet zu viel. Aber es ist meine Liebe. Natürlich. Und Sie werden uns natürlich etwas zerspielen. Aber zu Adel Sausschi noch. Äh, ja. Er ist Lehrer. Ja. Ich bin ein Lehrer, aber ich spiele auch. Und natürlich wird ihr ein Konzert haben mit dem Symphonischen Orchester in Tunis und in Nabel erst nach dieser kurzen Musikpause. Aber vorerst, Adel, wie wäre es, wenn du deine Geige nimmst und uns was vorspielst? Äh, ich spiele von meinem Kleinerheit. Ja. Weil ich war in der Sadiqi-Schule. Ah, in der Sadiqi. Ja. Und deshalb bin ich bis jetzt ein Musikant. Das gefällt mir sehr. Und besonders in diesem Welt, mit Krieg im Welt. Musik ist für alle eine gute Reise. Natürlich. Ja. Für uns und für alle Menschen. Mhm.